So, willkommen zurück zur Suche nach Whisky. Also eigentlich suchen wir nicht nach dem Getränk, sondern nach der Stelle, an der diese Leute Whisky getrunken haben. Ich nehme nicht an, dass es da unten ist. Ich nehme an, dass es nicht da unten ist. Oder ich nehme nicht, ja das geht eigentlich auch. Wobei ich habe eher die aktive Annahme, dass es nicht da unten ist. Deswegen ist das zweite Richtige. Nein, ich checke nicht wo. Whisky, 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 wo? Wo bist du, du Stück? Whisky, Whisky, Lili, Lili, Lala, Lala, Lala. Whisky, 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 Whisky. Whisky, Whisky. Kann man da eigentlich auch im Nachhinein wieder hier rein? Warte mal, warte mal. Du musst doch bei J irgendwo sein, oder? Notizen, Jellis Anteil. Für den Fall, dass du zu dumm bist, um dich zu erinnern, solltest du bei deinem Whisky nach der Antwort suchen. Wenn du deinen Anteil haben möchtest, wirst du es schon herausfinden. Wenn nicht, dann komm im nächsten Monat wegen dieser Sache erneut zurück. Gut. Bücher. Inventar, Whisky. Verbesserungen. Keine Elemente halten, oder enthalten. Hey, Manu. Whisky, 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 wo? Wo bist du, nur du? Hey, hey. Ah, ich sollte mal speichern. F5. Ich speichere lieber so, um zu sicher, äh, um sicher zu gehen. Entehrt. Yeah. So. So. Hallo. So. Hä? Schneller, schneller. Schneller, Mister, bitte. So, also. Hier ist ein Lagerfeuer, ja? Hier ist ein Lagerfeuer. Das ist eine leere Flasche. Hm. Hm. Schauen wir mal weiter. Ich renne hier einfach mal durch. Ich hab keinen Bock jetzt, irgendwie ein halbes Jahr zu suchen danach. Samuel, scheiß auf Samuel. Ja, da hinten ist es bestimmt nicht. Hey, ihr Mistgeboten. Ah. Achso, ich dachte, ich schieße jetzt. Egal, zum Glück hab ich nicht geschossen. Ciao. Da ist es nicht. Ja, wo ist es dann? Wenn du es nicht weißt, wenn ich es nicht weiß. Wer weiß es dann? Mauam. Mauam. Ah, ich weiß es nicht. La, 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 la. Ich weiß es nicht. La, 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 la. Ja, aber wo kann es denn sein? Ich will nämlich das fette Cash im Tresor haben. Cash, manne, young, manne, Milonaise. Ich wette, das ist da oben. Bestimmt. Oder? Komm schon. Ah, Mann. Ah, Mann. Ah, Mann. Verdammt, da eskaliere ich jetzt. Da eskaliere ich. Also, da verstehe ich keinen Spaß. Ganz ehrlich, du kannst mir sagen, hey, Muschi, der Whisky, der ist da und da. Dann bin ich glücklich. Aber, wenn du mir das nicht sagst und wenn du mich hier so im Dunkeln tappen lässt, dann eskaliere ich. Okay? Also, du überlegst dir das jetzt, da. Kleine Missgeburt. Oder? Oder ich schlag dich einfach. Ist deine Entscheidung. Deine als... Was? Bottle Street. Hä? Whisky? Whisky? Verdammt, Alter. Unser Schwärzer war schon mega geil. Muss ich schon sagen. Ah. So. Ah. So. Hier? Ne, da. Wo ist das? Ah. Ich weiß es nicht. Und ich werde es wahrscheinlich auch nicht erfahren. Da ist es. Das ist der Whisky, oder? Warte. Warte. Dreh dich mal um. Alles. Dein Ernst. Hallo. Hä? Ah. Das ist ein Whisky. Doch, der muss hier sein. Da. Ehe. Ehe. Das ist hier. Das ist irgendwo hier. Aber wo? Das ist ein Whisky. Das ist ein Whisky. Das ist ein Whisky. Das ist ein Whisky. Also muss es irgendwo hier sein. Ne. Konnte ich damit eigentlich mehr machen, als es nur aufheben? Ah, ne. Hm. Hm. Ja, also wir wissen jetzt, wie Whiskyflaschen aussehen. Aber wir wissen den Kot immer noch nicht. Wo ist der denn? Verdammt. Kot. Suche nach neuen Whiskyflaschen. Warte. Oder vielleicht haben wir den jetzt schon. Ne. Hm. Nee. 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 Eh. Eh. Alter, sei noch ekliger, bitte. Gibt es hier vielleicht irgendwas? Ich sehe nichts. Jetzt sehe ich was. Nee, ich check halt echt nicht, wo das sein soll. Ja, okay. Der hofft immer da rein zu tauchen. Ich weiß. Hä? Ja. Was ist dein Ernst? Was ist das denn? Alter. Ich habe den Whisky gefunden. Ich gehe nicht ohne das. Tut mir leid. Tut mir leid. Ich gehe nicht ohne das. Ja. Hm. Vielleicht ist es ja hier drin. Oder in dem Kopf von dieser Person. E. Okay. Oder vielleicht in dem Kopf von dieser Person. Oder in der. Oder hier. Da, 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 da. So richtige. Drecks-Zeit-Verschwendung. Am Ende ist ja so zwei. Da sind da so zwei Münzen drin. Das ist bestimmt in der Leiche von denen. Das ist bestimmt in der Leiche von denen. Oder? Ja, die liegen jetzt alle hier. Die hier. Der, der, der Typie lag. Dort. Ne. Mann, oh, hallo, wo ist diese Scheiße, ist diese Scheiße nicht da, warum, ist diese Scheiße nicht da, warum, hallo, wo ist diese Scheiße, ist diese Scheiße nicht da, warum, warum ist nicht da, die Scheiß, ja, ich laufe weiter, dann scheiße ich halt echt drauf, in mir weint etwas, wer, ja, da streicht, äh, ich wollte da rein, äh, hallo, dann halt nicht, oh, warte, rechts ist da oben, äh, äh, ne, auch nicht, ne, auch nicht, ja, komm, Ja, geh doch mal dahin, was war das, bist du eigentlich komplett behindert, Hm, warte mal, wenn ich den jetzt da hinten hinlocke, Ich weiß es nicht, müsst ihr nicht nochmal nachschauen, ich will keinen Falkenangriff haben, oder, will ich einen Falkenangriff ausführen, J, Oh Gott, drücke kurz bevor du auf meinen Falken, ja, aber ich will den nicht töten, ne, sorry, Alter, bist du behindert, Mann, Ach, komm, bitte, Hier, jetzt geh schwimmen, meine Fresse, Alter, bitte sag nicht, dass er tot ist, bitte sag nicht, dass er tot ist, bitte, 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 ich wollte gar nicht killen, Hä, 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 hä Welche? Nein. Deine Mutter. Yo. Kann ich die eigentlich nicht mit dem... Ah. Geil. Aber da... Ich dachte, der meint nicht. Ich dachte halt echt, der meint nicht. Ah. Oh. Warte, warte. Der kackte Nutte. Sei leise. So, bitte. Unverschämter kleiner Pisser. Jetzt will ich halt sehen, wo der eine andere Typ sich hinstellt. Der steht da. Ach du Scheiße. Okay, okay. Jetzt ist meine Chance. Oh oh. Scheiße. Oh oh. Oh oh. Help. Scheiße, Mann. Ich dachte, der sieht mich jetzt hundertprozentig. Halt's Maul. Versteck dich. Versteck dich. Was ist das für ein Verstecken? Ich habe nichts gesehen. Du hast nichts gesehen. Bitteschön. Ich bin nur ein Rohr. Gluck, gluck. Bisschen. Bitte schau weg. Bitte schau weg. Da bist du denn des Teufels. Ich tue dir das gleich mal. Was zum Henker war das? Ich dachte, der sieht mich hundertprozentig. Ich dachte, der sieht mich hundertprozentig. Dieses rote Ding ist mir scheißegal. Alter, echt. Hauptsache, wir sind da durch. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was? Oh, ich dachte gerade. Ja, Schlauze. Da ist Samuel. Hey. Schnell, ich bin ein Freund. Bist du ein Freund? Ich arbeite für ein paar ehrbare Leute, die sie gern treffen würden. Sie sagten mir, sie kämen hier raus. Aber ich kann es immer noch kaum glauben. Ich bringe sie zum Treffpunkt. Einfach nur den Fluss runter. Alles klar, danke. Na gut, alter Mann. Dann los. Aber das erste in der nächsten Folge. Denn ich verarsche euch die ganze Zeit. Ich habe jetzt die Folge mit scheiß Whisky suchen verbracht. Tut mir leid. Tut mir eigentlich nicht leid. Das tut mir nicht leid. Wenn es dir nicht gefällt, schau weg. Schau es dir nicht an. Ich spiele es selber. Ist mir egal. Du Lappen, ich spuckst dich. So. Wenn du jetzt schlafen gehst, dann wünsche ich dir eine gute Nacht. Und bis dahin, mein kleiner Freund. Mein kleiner Freund. Gute Nacht. Hey, ciao. Gute Nacht auch. Ciao. Es ist halt zum Morgen. Ciao. Ciao.